So, dann gucken wir mal. Große Operation. Oh nein, wie schaffe ich. So, auf geht's. Los, wo kann ich beitreten? Was nehme ich? Ich nehme mal eine Sniper erstmal. Ach, ich muss auf die blöden Flugzeuge marken. Naja, klar. Beitreten, hallo, hallo, ich will beitreten. Ja, da will ich beitreten. Dankeschön. Ich will raus. Ich will raus. Ich will raus. Ich will raus. Ja, komm schon. Ja, okay. Oh, das will ich da rein. Komm wieder. So, komm nicht raus. Nein, gut. Komm schon. Ja, gut. Ja, gut. Gut. Oh Mann. Was hier ist. Aber wir werden jetzt wieder so überlegen, ne? Alter, Alter. Alter. Von der Seite, da ist hier immer einer. Da ist doch einer. Da ist doch einer. Was ist denn da einer? Ich würde dir helfen, aber es geht nicht. Ich würde dir helfen, aber es geht nicht. Oh, verdammt. Jetzt haben wir noch einen Panzer, oder was? Das ist immer nicht nett. Oh Gott, der ist hier über uns. Oh. Oh. Hilfe. Ich bin zufrieden, Mann. Einer unserer Soldaten hat einen Sprengsatz geborgen. Oh, du Scheiße. Kriegen wir so auf den Sack. Oh, Alter. Wir kommen ja keinen Meter voran, oder was? Halt durch. Verstärkung ist unser Weg. Ah, Alter. Haben die mich Wolle genommen. Ah. Ich bin hier bis jetzt noch verwirrt durch die Ginkel laufen. Hallo, rette mich einer. Rauche. Von die Täter. Von der Soldaten hat einen Sprengsatz geborgen. So, wo ist meine Maus? Ich find sie nicht. Ach, bei ihm kann ich nicht spawnen. Jetzt spaw ich bei ihm nicht. Oh, ich bin so langsam. Schöne. Okay, okay, okay. Wie hat er mich denn gesehen, Mann? Hedgett, Baby. Okay. Ich lauf doch mal über die Kuppe, Hüger. Was war das denn? Alter, wie sieht er mich denn? Schweinehund. Spooky, ich hab dich. Bist du noch an? Alter, was? Wo war der denn? Da vorne irgendwo. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich brauche Hilfe. Achtung, wir haben zu ihm Sprengsätze geworben. Okay, darf ich bei ihm jetzt spawnen bitte? Nein, darf ich nicht. Möglicherweise nicht. Das mach ich jetzt. Das mach ich jetzt. Aber da will ich nicht diese doofe Waffe hier. Okay, da will ich. Wie viel Schuss hat die? Die hat 50. Ich nehme die hier. Wo kann ich spawnen? Ach, ich kann nur da spawnen. Das ist doch scheiße. Aber ich will weiter nach links. Lass uns bitte nach links. Ja, ich bin immer noch da drin. Ich bin eigentlich. Ich bin immer noch da drin. Ich bin immer noch da drin. Ich bin immer noch da drin. Warte, ich kann doch mal nicht springen. Warte, ich kann doch mal nicht springen. Oh ja, nur Scheiß-Panzerfahrzeuge. So, oh man, nicht springen. So, die Fahrzeuge. Okay, das. Bui, dann rückst du. Achtung, wir haben soeben Sprengsätze gebaut. Äh, so ist das ein Glöbenkletzer an der Luft hier. So, wo ist das ein Glöbenkletzer aus? Das ist ein Glöbenkletzerkletzer, Dirk? Aber es ist ja auch, der Kreis ist noch nicht aus dem Glöbenkletzer. Hier ist es. Das ist jetzt in der Luft, dass ich irgendwo einen beschittenen Platz hier habe. Ich will den Platz nicht. Ich will die Rübenkletzer nicht. Haio, haio nein... Wir werden uns nicht mehr protektiert, wir werden uns nicht mehr verletzt. Warte mal, ich bin jetzt nicht mehr. Oh mein Gott, wir werden... ...einer unter der Launch hat einen Spektratt bekommen. Spektrattattstiel, so was passiert. Da ist doch einer, ich hab ihn noch gesehen, wo ist er denn? Da ist Yorah! Fahr weiter du Hund! Alright, fahr weiter! Fahr weiter! Fahr weiter! Da! Fuck you! Da sind doch Schleifern, wenn ich das nicht gelöst meint! Ah, nice Junge! Gut gemacht! Schwachkopf! Ich würde gerne beim Spawn hin! Bitte! Trupp Spawn bitte! Wir haben einen Sprengsatz geboren! Nein, das war einer! Wolle! Will jemand helfen? Ich bin für dich da! Ah, wo ist das? Du machst meine Rechnung! Der? Ich bin für dich! Das ist doch sehr klein! Ich bin für dich! Ah, ich bin für dich! Verhalten, wir gehen! Die sind alle tot. Das ist nur ein Gegner. Bist du mild? Was sagst du denn nicht? Oh Gott, der sieht den echt nicht. Oh mein Gott. Achtung, wir haben nur in Sprengsätze geborgen. So, dann werde ich damit los. Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. T, ich will bauen. Kannst du bauen? Okay, kann ich nicht. Ich sehe einfach gar nichts. Es ist so verdammt niederlich. Unser Einmal. Okay, ist mir nix. Einer unserer Soldaten hat einen Sprengsatz geborgen. Ach, wir haben verloren. Die deutsche Verteidigung bei Halfaya war außergewöhnlich gut vorbereitet. Wir konnten zwar einige ihrer Kanonen ausschalten, aber wir werden für unseren Hauptvorstoß dennoch teuer bezahlt. Rechne mit Verlustung. Dennoch müssen wir angreifen. Unser Kameraden, der Turm 10. Einmal hier. Einmal correspondence. Insofern. Okay, wir sollen diesen Korridor sichern und das deutsche Flugfeld vor uns haben. Ja, machen wir. So, was nehme ich denn mal? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche auf jeden Fall... Ich nehme erst mal eine andere Pistole. Dann nehme ich ein Beilchen. Rankern hat das okay. Jetzt haben wir da. Revolutionskiste nehme ich. Was ist denn das? Was ist denn eine AP-Mine? Wieso sollte ich die AP-Mine nehmen? Nämlich eine Panzer-AP-Mine. Und dann nehme ich... Fasse ich die hier noch ein bisschen ein. Vielleicht nehmen wir einen anderen. So. So. Mündung haben wir nichts. Lauf haben wir nichts. Schaft haben wir nichts. Ich habe noch nichts über Worte. So. Verdammt, ich wollte auch ein Fahrzeug haben. Kann ich irgendwo mit rein? Ja. Da will ich rein. Oh nein, ich will nicht hier oben sitzen. Ah, der Film ist kaputt. Halt. So viele wie möglich. Wir kommen los! Schaff dir einen! Guck mich schon wieder auf. Hallo. Darf ich mal irgendwas vor mir, bitte? Nein. Schaff ich nicht. Schaffe ichs? Schaff ichs? Nein, der ist auch gleich tot. Oh. Gut weg! Ja. Schaff ich nicht. Ich glaube, ich muss das tun. Bute Arbeit! Ich hab das good-Gabe. Wir gehen jetzt nach hinten. Nachsicht. Eure Geschäfte, Maschinenpfeer! Also, ohne Fahrzeuge wird das wenigstens, glaube ich. Ne, Alter, das wird doch nichts so. Dann baue ich erstmal an hier. Ich wünsche einmal, wer der der Einzige da baut. Ach, dann laufe ich zum nächsten Bau da auch. Was ist denn das? Ich bin ein schlässiges Männchen. Wir haben Zielfriedeich erobert. Was bin ich denn? Oh ja, lass mir mal mal hoch, bitte! Hallo! Ich liege hier! Ah, leck mich doch fett. Die helfen dann einfach nicht. Das sind so ne... ...fucking Trolls. Gute Arbeit! Ziel Emil ist in unserer Hand. Soll es! In der Stadt. In der Stadt. Will ich das Ding reparieren? Entschuldigung! Ist der jetzt so lange! Ist der jetzt so ganz lange! Achtung! Wir haben Ziel Emil verloren! Zieh her! Wir haben Ziel Emil erhobert! Gute Arbeit! 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 Und da geht es! Gleichità! Alles münd! Deine EntscheidungД WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mal. Ich hab wirklich keine Munition, aber das ist ja alles witzige da. Oh mein Gott, ich fahr hier wie sonst voll durch die Gegend. Hallo, ich würde mich gerne noch ein bisschen mehr reparieren. Oh nein. Was soll man hier fahren, ist? Okay, ich muss da hin. Oh mein Gott, er liegt hier im Loch. Der Hund. Wir können das Blatt immer noch wenden. Ja. Okay, ich freue mich bei Ihnen. Nein, ich glaube nicht. Ich hab' ne Granate. Ich hab' ne Granate. Ich hab' ne Granate. Ziel Bertrand, jetzt in unsere Hand. Okay, ich will raus, ich will raus, ich kann. Achtung, Ziel Emil verloren. Was ist denn da? Ich bin hier super Polorette. Gute Arbeit, Ziel Anton eingenommen. Okay, was soll ich damit anfangen? Ich sehe einfach mal gar nichts. Gute Arbeit, wir haben Ziel Emil erobert. Oh, ich würde weg den Boden von einem Panzer oder sowas. Oh mein Gott. Wo bin ich? Stürmen! 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 Gute Arbeit, Ziel Friedrich ist in unserer Hand. Gute Arbeit, Ziel Friedrich ist in unserer Hand. Okay, Stürmen! Ich freue mich mal. Hilfe! Hilfe! Musik! Gott, die kommen doch gleich von der Seite! Wie sehe nichts! Ich sehe nichts. Ich sehe nichts ausgefahren! Ach, das ist gut! Ich sei ganz gut! Treffer! Alles gut! Wir verlieren Ziel Bertha! Was ist er in Ziel Bertha? Ich bin in Ziel Bertha! Ich bin in Ziel Bertha! Oh, sie wird von hinten gekünt.